Hallo, ich bin Marina. Ich warte schon zwei Jahre auf den Erwachsenen-Seminar. Meine Kinder haben das vor zwei Jahren gemacht. Marina has been waiting two years for the seminar and her children has made the seminar two years ago. Ich war so begeistert von den Ergebnissen, die ich bei meinen Kindern gesehen habe. Das ich sie auch erreichen wollte. Ich weiß nicht wie viele Dioptrien, aber ich habe in meiner Kurzsichtigkeit einen sehr hohen Stigmatismus. Marina doesn't know her Dioptrines, but she has a really strong stigmatism with her eyes. Vier und halb und fünfe und halb. Vier und halb und fünfe und halb. Das bedeutet, dass ich überhaupt nicht sehen konnte ohne Brille. So it means she can't see anything in the distance. Nach zwei Tagen mit der Maske. Ich habe geschafft Auto zu fahren ohne Brille. She was able to drive her car without using the glasses. Und ich habe Zeugen dafür. And she has witnesses for that. Noch irgendwas was diese Seminar mir gebracht hat. One more point. Aber noch eine Schärfung meiner Wahrnehmung. She has intensified her Perception. Her Skills von Perception. Also ich kann es nur empfehlen. Dankeschön. Thank you very much Marina. Vielen Dank an Sie. Thank you. Vier que die chose. Vier Dies wird посмотреть, Mariestgo. Vielen Dank.